Deutsch lernen durch Hören Den Flug verpassen Tim öffnet langsam seine Augen. Er hat schlecht geträumt. In seinem Traum hat er seinen Flug nach Mallorca verpasst. Das wäre ja wirklich dumm. Er gähnt und guckt auf sein Handy. Oh nein! Tim springt auf und rennt in das Nebenzimmer. Da liegt Christian in seinem Bett und schnarcht. Chrissy, wach auf! Es ist 5 Uhr! ruft er laut. Christian wacht erschrocken auf. Was? Wie viel Uhr ist es denn? 5 Uhr! Wir wollten um 4 Uhr los zum Flughafen! Christian springt vom Bett auf. Scheiße! Ach du Scheiße! Unser Flug geht um 6 Uhr 30, ruft er. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Stunde zum Flughafen, sagt Tim. Sie schauen sich entsetzt an. Dann packen sie schnell ihre Sachen. Schnell wirft Tim seine restlichen Sachen in seinen Koffer, putzt seine Zähne und rennt zur Wohnungstür. Christian kommt ihm mit seinem Koffer hinterhergerannt. Ich habe ein Taxi gerufen, sagt er. Fünf Minuten später sitzen Tim und Christian im Taxi. Tim schaut immer wieder auf seine Uhr. Das wäre ja wirklich blöd, wenn wir unseren Flug verpassen, sagt Tim. Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, den Wecker zu stellen, sagt Christian. Ist schon okay. Ich hätte auch einen Wecker stellen können. Ich Idiot! Das Taxi fährt sehr langsam. Sie stehen im Stau. Scheiße! Gibt es keinen anderen Weg? Fragt Christian den Taxifahrer. Der Taxifahrer antwortet, Nein, Richtung Flughafen ist es um diese Uhrzeit immer so voll. Tim und Christian seufzen. Es ist 6 Uhr. Endlich ist das Taxi am Flughafen angekommen. Tim und Christian fangen an zu rennen. Aber sie müssen noch am Schalter einchecken und da ist eine lange Schlange. Oh nein, sagt Tim nur. Sie stellen sich an. Tim ist gestresst. Auch Christian ist beunruhigt. Endlich sind sie dran. So schnell wie es geht, checken sie sich ein. 6 Uhr 25. Los, ruft Tim. Sie rennen durch die Hallen am Flughafen. Sie müssen zum Gate 15. Schwer atmen, kommen sie am Gate an. Gate Closed steht auf dem Schild. Nein, ruft Christian entsetzt. Wir haben es wirklich geschafft, unseren Flug zu verpassen, sagt Tim kopfschüttelnd. Tim und Christian setzen sich hin. Lange Zeit sagt niemand etwas, dann fangen beide gleichzeitig an zu lachen. Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Untertitelung des ZDF für funk, 2017